Guten Tag, Ulf Ehlers, Professor für Pädagogik und Vizepräsident der Dualen Hochschule. Ich beschäftige mich viel mit dem digitalen Wandel unserer Hochschule und möchte zwei wesentliche Grundpositionen darstellen. Das eine, Digitalisierung ist keine Technisierung. Vielfach denken wir in diese Richtung, aber merken immer wieder, dass es letztendlich um die Transformation von Lehr- und Lehrszenarien geht, um die Frage, wie wir Bildungsprozesse zusammen mit unseren Studierenden und mit den Kolleginnen und Kollegen gestalten können, vor dem Hintergrund und der Voraussetzung der neuen Möglichkeiten von digitalen Medien. Punkt zwei, Digitalisierung muss noch viel mehr als bisher die institutionellen Rahmenbedingungen mit berücksichtigen. Wir brauchen andere Inzentivierungsprogramme, wir brauchen andere Qualifizierungen, wir brauchen andere Unterstützungsangebote, natürlich auch Infrastruktur, aber viel, viel mehr noch die Frage, wie schaffen wir es, dass Lehren und Lernen mit digitalen Medien zu einem Wert wird, in dem sich Kolleginnen und Kollegen etwas trauen, neue Wege gehen, ausprobieren und anfangen, miteinander sich auszutauschen, darüber zu reden.